Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und das Thema von heute sind die Erneuerbaren und mein Gast heute Dietmar Schütz, der Präsident des Bundesverbands Erneuerbare Energie. Ich grüße Sie Herr Schütz. Ich kam gerade mit dem Auto hierher und im Radio haben die gesagt, Solarwind und so ist alles doof und ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen und Monaten erleben wir das ganz viel. Liegt das daran, dass es wirklich doof ist oder wird der Kampagne betrieben? Also bisher haben wir ja sehr große Erfolge gehabt und diejenigen, die das nicht richtig feststellen, haben in der Tat jetzt so ein bisschen Kampagnen angefangen, insbesondere in der Preisdiskussion und verundimpfen bei dieser Gelegenheit die Erneuerbaren, weil sie sich vielleicht noch etwas zurücksehen zum Atomzeitalter, wo sie mehr Geld verdient haben oder aus welchen anderen Gründen auch immer. Fehlt so eine Art Gegenkampagne zu dem Ganzen? Also wir müssen schon uns deutlicher aufstellen. Das Problem ist, dass wir wohl in der Preisdiskussion Erklärungen haben, aber große Schwierigkeiten jetzt aufgebaut sehen, wo eigentlich das Marktdesign hingehen muss. Da haben wir jetzt Gutachten aufgestellt, weil das ein sehr komplexer und komplizierter Prozess im Wirtschaftsbereich ist. Und wir sind jetzt so, dass wir im August, denke ich, eine Antwort geben, die wir abgesichert haben. Also wir könnten natürlich jetzt schon spekulativ sagen, so muss das aussehen, aber wir möchten gerne mit deutlichen Federstrichen unsere abgesicherten Positionen darstellen. Insofern gibt es eine Kampagne, die, finde ich, auch nicht sehr lauter die erneuerbaren Energien angreift an der Preisfrage. Und da haben wir das momentan. Wir haben einen neuen Umweltminister. Habt ihr schon mal mit dem gesprochen, seitdem? Nein, ich treffe ihn nächste Woche, Dienstag. Und ich kenne ihn auch nur, wir waren früher mal in der Phase Kollegen im Bundestag, aber aus der Zeit kennen wir uns eigentlich nicht. Und ich hoffe, dass wir ins Gespräch kommen. Und er ist ja ein großer Kommunikator und ich hoffe, dass das Positives für den Neuermann. Der twittert von früh bis abends, kann ich Ihnen helfen. Und am Anfang, als Röttgen kam, kam von rot-grüner Seite keine Angst, das ist einer von uns und so weiter, hat sich ja nicht so gezeigt. Er ist ja auch in einem Kontext seines Ministeriums eingebettet. Und es war nicht so, dass Röttgen einer war, der die erneuerbaren Energien bekämpft hat. Das ist weiß Gott nicht dabei gewesen. Er war ja auch einer derjenigen, die schon sehr früh aus der Atomenergie rausbleiben wollte. Der wollte diesen Schwenk wieder rein und nachher wieder raus nicht mitmachen. Das ehrt ihn eigentlich und er hat an vielen Stellen auch vor dem Wirtschaftsministerium Paroli geboten, was ich geschätzt habe. Aber an manchen Stellen, darüber kann man sich im Einzelfall unterhalten, hätte er noch stärkere Unterstützung gebracht. Und er hätte auch selber noch vielleicht deutlicher werden müssen. Jetzt ist er ja weg. Wir haben auch nicht genug Zeit im Interview, um über alle zu reden, die auf dem Merkel-Friedhof liegen. Nein, das war ja auch nicht. Netzausbau. Also es gibt einige in der erneuerbaren Branche, die sagen, wir brauchen gar nicht so viel Netzausbau. Es gibt sogar den einen oder anderen. Ich war letzte Woche beim Willenbacher, der hat gesagt, wir brauchen gar keinen Netzausbau. Ich bringe euch in vier, fünf Wochen ein Konzept, wie wir fünf Prozent der Windenergie ohne Netzausbau hinkriegen. Was halten Sie davon? Also wir brauchen nicht einen Netzausbau in dieser gigantischen Weise, wie er vielleicht jetzt diskutiert wird. Das sehe ich auch so. Wenn wir dezentrale Strukturen in Bayern und Baden-Nürttemberg insbesondere in Wind aufbauen, dann sehe ich diese 4.000 Kilometer eigentlich nicht. Aber wir brauchen schon einen gerütteten Anteil um die Energie, die deutlich stärker im Norden anfällt als im Süden. Das muss man sehen. Bei uns sind die windhöfigen Gebiete und der Wind ist der Treiber. Die müssen dann transportiert werden. Und ich sehe schon etwa die Zahlen, die das Bundesumweltministerium jetzt für sich in den Anfangssituationen, also etwa 1.000, 200.000, 800 Kilometer, sehe ich schon. Also ich meine, wir brauchen einen Netzausbau. Die sagen, das kostet 20 Milliarden. Ja. Manche sagen, da werden nicht mal 30 reichen. Wie schätzen die da die Lage aus? Also ich halte die Kostenschätzung für realistisch. 20 Milliarden. Aber das ist, wenn wir das verteilen auf die Jahre, muss man sagen, ist das aushaltbar. Wir müssen aber sehen, dass wir einen sehr starken Nachholbedarf sowieso haben. Und das ist nicht eine Summe, die mich erschreckt, wenn man den Divisor kennt und wenn man weiß, dass man das auf die Jahre verteilt. Sie waren Oberbürgermeister von Oldenburg, Sie waren Bundestagsabgeordneter. Jetzt sind Sie der Topmann der Erneuerbaren. Was treibt Sie an, für die Erneuerbaren sich so einzusetzen? Also hingekommen zu den Erneuerbaren bin ich eigentlich über den Umweltschutz. Ich war also schon auf der kommunalen Ebene der erste Sprecher im Umweltschutz. Und meine berufliche erste Station, ich bin vor allem für das, war, dass ich Großanlagen genehmigt habe, Chemiewerke und so weiter. Und da habe ich gemerkt, was ich angemeldet habe. Und da bin ich nachdenklich geworden. Saulus zum Paulus. Saulus zum Paulus. Und habe bewusst, dass wenn wir bei uns Schwefel produzieren, dass dann in Norwegen die Seen umkippen. Und das hat mich doch mal nachdenklich gemacht. Und dadurch kam ich überhaupt in diese Diskussion von Großstrukturen, also von BIMSCH-Verfahren und so weiter. Und im Bundestag bin ich dann damit automatisch auch zur Energie gekommen. Und das hat mich fasziniert. Das ist ein so spannendes Thema. Und ich bin seit über 20 Jahren bei diesem Thema im Bundestag, aber auch später dann in der Stadt. Ich habe ein durchaus gutes Cluster gebildet, was erneuerbare Energien angeht. Und jetzt mache ich weiter. Wunderbar. Ich nenne immer drei Begriffe, Herr Schütz, und bitte um drei Assoziationen. Ich will nicht von den Inhalten ablenken, deswegen nenne ich Namen. Sie sind ja ein alter Genosse. Steinmeier. Steinmeier ist ein seriöser, gut aufgestellter sozialdemokratischer Kämpfer, der durchaus Kanzler sein kann. Aber es gibt Konkurrenten. Steinbrück? Steinbrück ist, ich finde Steinbrück immer, die Kollerschnauze von Steinbrück gefällt mir, muss ich sagen. Und der hat einen großen ökonomischen Sachverstand. Innerhalb der SPD ist er nicht ganz so vernetzt wie Steinmeier. Und das wird mit Schwierigkeiten bringen. Aber ich finde ihn gut. Wer bleibt übrig? Gabriel. Gabriel ist ein Segen für die SPD. Er hat also, ich finde, es geschafft, dass die SPD wieder aus ihrem Tief rausgekommen ist. Und er ist sehr gut für uns. Aber glauben Sie, wenn der Steinmeier da nochmal kandidiert und es nichts wird, dass er vielleicht danach wieder irgendwie bei Gazprom anfängt oder so? Das glaube ich nicht. Das glauben Sie nicht? Nein. Tut Ihnen das ein bisschen weh, dass Gerhard Schröder das macht? Ein bisschen tut mir das weh, ja. Ich danke Ihnen. Bitte. Für dieses ehrliche Gespräch. Schöne Gespräch. Danke schön. Und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und es gibt ein kurzes Video als nächstes Kulturkülten mit der Band Dodo Tupolino. Und das nächste Video ist mit der großen Dame, der großen Parlamentarierin und Buschkennerin Hertha Däubler-Kmelin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.